Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile und wir müssen noch mal in die Mudflats, weil wir da noch... wir können da gar nicht hin, wir haben den Wegpunkt da gar nicht, okay. Dann gehen wir in die Sub, irgendwas Passage, ich hab den Namen schon wieder vergessen, und gehen dann zurück, weil der Weg war jetzt ja nicht so schwer groß, wie auch immer. Dann gehen wir jetzt mal in diese Mudflats zurück. Der Dirty Job. Search the Mudflats. Genau, wir müssen hier noch irgendwo in so einen Pool oder sowas. Ach, hier haben wir schon die nächsten Viecher. So, wir nehmen mal wieder mit, was wir kriegen. Ich finde das mit dem Bestiarium cool. Ich werde dann so neue Viecher, die werde ich hier mal einlesen lassen. Ein paar Zombichens. Warte mal, Leichenexplosion. Oh, ist das geil. Ich mag es, wenn Sachen explodieren. Da bin ich eine simple Frau, muss ich sagen. Ist das schön. So. So schade, dass man ziemlich schnell voll ist mit Items und dann mal gucken muss. Vielleicht sollten wir auch nur Sachen einsammeln, die wir vielleicht gebrauchen könnten. So, warte mal. Wo sind wir hier? The Coast. Okay, von der Küste kommen wir ja, ne? Sag mal, gibt es hier nicht irgendwie eine Map oder so? Hilltree Worldscreen? Nee. Ah. Okay. Kann man das rauszoomen? Nee, kann man nicht. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Es explodiert. Ach, ist das herrlich. Ich mag das. Oh, Gott, ist das toll. Ja, man kann mich leicht begeistern, wenn man Leichen explodieren lässt. Da haben wir auch schon das, wo wir hin müssen. Ich wollte gerade da draufklicken. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Das sieht sehr nach Gift aus. Bottle scrollen. Neue Viecher! Nice! Oh, der hat ja auch so eine schöne Chess. Ja, da schauen wir mal. Oh, wie hat der mir so Zeug. Wir haben hier coole Schuhe. Maximum Life increases Down- und Block Recovery. Ja, ich glaube, uns ist es doch ein bisschen besser. Increases Global Physical Damage. Zone X. Wir müssen die mal identifizieren. Wir können sie sogar tragen. Nice. To Intelligence. Alles klar. So. Das würde natürlich mehr Schaden machen. So, dann haben wir schon mal ein schönes Leder-Camp, ein neues. Rarity of Items found. Oh, cool. Wir haben mal hier eine schöne Lebensflasche. Warum ist die leer? Das ist schlau, das ist schlau. Wie man sich freuen kann, wenn man neue Monster sieht, die man das im Bestiarium hinzufügen kann. Oh, ich mag es, wenn Leichen explodieren. Oh, ist das schön. Ach ja. Wir brauchen noch mehr Necromancer-Sachen. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, nice, nice, nice. Wie kann man den eigentlich fangen? Oh, nice. Oh, Gott, ist das toll. So, kann ich jetzt mal in Ruhe hier einsammeln, ja? Was haben wir denn hier? Ja, Two-Handed Maze. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, wir lassen mal diese hässliche Platte hier. Und wir haben hier Chestplate. So, dann identifizieren wir das mal. Und wir können es natürlich nicht tragen, wenn wir jetzt gedacht. Iron Head. So, Scale Rest. Das interessiert uns alles nicht. Aber mit. Rusted Spike. Crude Bow. Das ist alles langweilig. Alles langweilig. Greif mal die Zombies an, mein Freund. Vor allem die da. Ist das schön. Meine Zombies machen. Oh, was ist das geiles. Wir haben solche Viecher jetzt. Oh, ist das schön. Brustle Scroll. Iron Ring. Kann man auch mal mitnehmen. Simple Rope. Rated Maze. Maze. Wir lassen es mal liegen. So notwendig scheint es alles jetzt ja auch nicht zu sein. Kill the Necromancer and the Minions. Kann ich den nicht fangen? Nee, kann ich nicht. Guck mal, ich bin ein besserer Nekro. Mein Freund. Okay, was haben wir hier? Oh ja, ist ja okay. Wir schmeißen jetzt mal den Scheiß hier raus. Ein Rapier sieht ja nett aus hier. Komm. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Manche Sachen sehen ja schon nicht schlecht aus, ne? Okay, wir müssen ja alles töten, was hier ist, ne? Ich erinnere mich. Dann müssen wir die Map mal angucken, hier. Ja, das funktioniert super, ne? Das ist geil, ey. Oh, ein Zepter. Ja, ich muss mal ganz kurz hier das Zepter annehmen. Das ist Zweihand, ne? Das ist ja doof. Ich dachte, die laufen gerade im Kreis, weil sie es so schön finden. So, dann laufen wir mal weiter. Und laufen wir mal kurz zurück. Ich liebe das einfach, ey. Das ist doch schön. Wenn wir was brauchbares, sieht nicht so aus. Glass Dagger. Ne, Glass Shank. Gnall Branch. Okay, okay. Oh, habt ihr das gesehen? Ist das nice, ey. So. Quacksilver Flask. Komm, so mein Movement Speed kann auch nicht schaden, ne? Tausch mal doch mal aus. Wir müssen ja alles töten, was hier ist. Wir müssen da oben nochmal lang gehen. Ach, schön. Warte mal, Bewegungsgeschwindigkeit. Achso, wir haben noch keine Monster getötet, dann geht das schlecht. So, wir können aber Passive Skills hier. Noch ein bisschen Intelligenz. Und Mob Damage. Das ist nicht schlecht. So, Tribal Club. Den kann man bestimmt gebrauchen, um ihn zu verkaufen. Hier ist niemand. Haben wir jetzt alles getötet? Wieso aus, ne? Ich werde jetzt mal nebenbei auf die Karte so ein bisschen gucken, während ich laufe. Ja, dann haben wir die gekleert, die Höhle. Glaube ich. Also ich sehe zumindest nichts. Gibt es hier nicht sogar einen Wegpunkt? Nee, nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Alles klar. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. So, travel to the menagerie, talk to Einhaar. Ich würde aber hier nochmal erkunden. Weil ich mag das, wenn man die Map erkundet hat. Brawl of System. Nehmen wir mit. Noch eine Chest. Lol, was ist das? Kann man das fangen? Ey, ich brauche mal neue Zombies hier. Hallo. Geh doch weiter, Alte. Komm mal hier hin, du Typ. Perfekt. So. Jade Hatchet, Rusted Spike, One-Handed Sword. Sieht nicht schlecht aus, ne? Wand. Aber das ist nicht gut. Superior Driftwood Club, Scroll of Wüste nehmen wir auch nicht. So. Dann haben wir es, ne? Ne, da unten können wir noch hin. Was war hier? Ach so, so ein Anhörungsteil, ne? Hier liegen überall noch Items rum, ey. Die wir nicht aufheben können. Boah, wir haben Strand verpasst. Aber hey. Besser, man guckt mal nach. Nicht, dass man irgendwas Cooles übersehen hat. Das Spiel muss ja nicht wie Diablo sein. So, jetzt wollte ich mal gucken. Es gibt diese Portalrollen. Oh nice. Komme ich dann zurück an den Ort? Oh, sehr schön. Sehr schön. Weil dann könnte man nämlich mal alles aufheben und verkaufen. Je nachdem, wie viele Items da so rumliegen, ne? Sagt er zu mir und ich bin auch Necromancer. Okay, aber ich bin leider voll. Es tut mir leid. So, ich habe mir gerade was eingeschenkt. Wir schmeißen mal Schuhe raus, solange. Choose later. So, wir verkaufen erstmal den ganzen Scheiß hier. Aber ich würde hier gerne irgendwie so auswählen, dass man hier allen Scheiß verkaufen kann, den man nicht braucht. So, ich werde jetzt mal diese Lebensflaschen hier auch verkaufen. Weil die irgendwie auch nicht viel bringen, habe ich so das Gefühl. Ne, halt, den behalten wir mal. Iron Ring. Was haben wir denn hier? One to physical damage. Und das ist auch, ne? Ja, dann weg damit. Weg damit, weg damit. Das ist dann auch weg. Das ist auch. Alles eingeschmissen hier? Ich glaube schon. Okay, Necromancer Reward. So. Warte mal. Okay, Drone Dead. Okay, alles klar. Goodbye, Digger. Wo ist hier mal meine Schuhe? So, Grant's two passive respect points. Da, 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 da. Quest complete. Der dirty Job. Alles klar, alles klar. Oh, ne. Wo kommt der denn jetzt her, ey? Scheiße, jetzt muss ich hier nochmal was verkaufen. Hallo, mein Freund. Ich habe hier nochmal Scheiße für dich. Bitteschön. Dann packen wir hier mal alles rein. Probieren wir das doch mal aus. Und dann den Superior irgendwas, ja. Ja, dann haben wir das ja mal aufgewertet. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Jetzt werden wir mit unserem superschönen Skill. Wo soll das so ein Schwert mal in die Mudflats zurückgehen? Ist es? Ich wollte gerade fragen, ist es dann weg? Ja, ist es. Okay. Travel to the Menagerie. Warte mal. Womit konnte man die Map aufrufen? Ich muss mir das echt mal merken mit U. Okay. Äh. Ja. Haben wir auf jeden Fall bisher nicht hier gehabt, ne? Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar in die nächste Ebene hier, wo wir hinlatschen können. Jetzt habe ich mir was zu trinken eingeschenkt und trinke ich gar nicht. Kennt ihr das beim Zocken? Wenn man sich was einschenkt und dann einfach nicht trinkt? Warum? Ich habe das doch schon. Egal. Sag mal dazu nichts. Wir haben noch mehr Viecher. So, Hauptsache noch mal Sachen explodieren lassen. Liebe es, ey. Die Leichenexplosionen sind super. Trunk. Ich will da hin. Oh mein Gott, das ist was Neues. Wie man sich so freuen kann, ey. So, dann sind jetzt hier noch ein paar. Border Scroll. Nehmen wir doch gleich mal mit. Trunk. Achso, jetzt sind wir da extra runtergelatscht. Nicht für nichts. Dann können wir die Gems nochmal upen anscheinend. So. Der Typ ist super, ey. Wir müssen nur vielleicht mal neue... Aber ich töte die jetzt von hier, ey. Scroll of the system. Ein Herrjahr, mein Freund. Ist hier irgendwas... Ist hier irgendwas... Ein Boulder. Ja, wir verschieben den mal, um festzustellen, da ist nichts. Mal wieder. Ach du Scheiße. Jetzt kommt aber viel an. Reichen Explosionsparty. Ja, ist ja okay, wir machen das schon. Ist das super. Reichen Explosions ist voll mein Ding. Hat man bestimmt noch nicht gemerkt. Ey, da ist so ein Ort. Frage mich, ob man den fangen kann. Oh, Driftwood Wants, Chessplate. Ne, war alles mit. Ne, war alles mit. Alles meins. Entschuldigung, Barrels. Was bringt das? Nichts. Wir haben eine schöne Hülle gefunden. Das ist ja nicht schlecht. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen, was wir, glaube ich, identifizieren können. Oh nice. Oh nice. Packen wir das mal hier hin. Muss ich mal gucken. Each Support Spells will track how much mana you spend on it. Unleash a Fire-Dings-Ball. Wir nehmen das mal hier hin. Haben wir hier. Copper Sword. Superior Mana-Dings. Sag ich nicht nein. Kann ich, glaube ich, nicht mal tragen, weil ich ein Magier bin. Aber ja, eine schönere. Ja, ein Schild interessiert uns nicht. Oh, so eine Maske. Überhaupt nicht gruselig oder so. Nein. So, dann benutzen wir doch mal eine Portal Scroll. Wenn wir das schon mal können. Vielleicht finden wir ja genug. Oder können wir uns genug mal kaufen oder sowas. Dass wir uns immer zurückporten können. Digga, geh da jetzt hin. Greetings, meine Freunde. Warte mal, kann ich den nicht auch auf einen Ausrüstungsgegenstand packen? Wir werden es sehen. So, das könnte, glaube ich, geschnappt werden mit dem Platz. Warte mal, den haben wir schon. So haben wir alles, ne? Ja, mein Freund, ja, mein Freund. Alles gut. So, die können wir ja mal im Inventar behalten. So, wählen wir schon Scroll of Wristum. Die nehmen wir mal mit. Dann passt das, ne? Was haben wir hier eigentlich? Achso, das ist wahrscheinlich Halt. Achso, wir haben ja ein Vape, ne, ein Portal. Dann gehen wir da rein, Alte. Können wir nämlich das hier wieder mitnehmen. Okay, hier kommt man tiefer. Mit U macht man die Karte auf, ne? Das ist hier aber nicht gezeigt. Das heißt, wir können da mal reingehen und mal gucken, was das ist. Es ist wahrscheinlich so ein extra Ding. Leichen-Explosion. Ach, ist das schön. Alles klar. So eine Tür. Das sieht ja so ein bisschen holy aus. Diese Steine könnten ja auch mal Items geben oder so, ne? Dankeschön. Man muss denn das Spiel nur darum binden. Dann geht das. Oh mein Gott, was Neues. Nice, nice. So, wir haben sogar schon ein Level abgemacht. Geht am Anfang wahrscheinlich schnell. Gibt es ja eigentlich auch so ein Level-Cap? Ich glaube, ich muss mal neue Dinger hier kaufen. Habe ich jetzt endlich mal das aufgebraucht? Nein, habe ich nicht. Hey, Capture-Net. Slime-Rope-Net. Nein! Geh doch nicht weg! Nein! Das war jetzt unüberlegt! Oh no! Aber wir haben neue Netze. Hm, ist alles okay. Warte mal, kann ich die hier nicht raufstecken? Geh doch. Slime-Rope-Net. Echt. So. Ah, sind schon neue Viecher. So. Ja, okay. Also Zombies kann man nicht einfangen, um zu wissen. Aber die Nächsten... Oh, ich mag gleich eine Explosion. Habe ich bestimmt nicht schon 30 mal erzählt oder so, aber es ist echt toll. Boah, die können so Glitze machen, das ist ja cool. Ich finde gut, dass man von dieser Leichenexplosion nicht selber betroffen ist. So, gehen wir mal weiter. Da hinten kam schon ein neues Viecher, aber ist jetzt egal. Oh, das sind blaue. Dann geben die noch nicht mal was. Ist das euer Ernst? Man könnte wenigstens eine Truhe in diese Ecke machen. Und Krebs. Aber hier ist zumindest eine Truhe. Oh ja, entspann dich doch mal. Rapid Boosts. Gut. So, dann kann man hier vielleicht noch das ein oder andere mit lagern. Warte mal, wenn wir die jetzt hier hinschieben... Ach, egal. Wir gehen erstmal weiter. Wir haben auch wieder eine neue Portalrolle. Da könnte man das nutzen. Boulder. Ja, ne? Wir kriegen die jetzt hinterhergeschmissen. Das ist ganz gut. Beim nächsten großen Itemhaufen machen wir das mal. Leichenexplosion. Das schönste, was man sehen kann. Goatshorn. Ja, die lassen wir doch mal liegen. Oh nice. Kann man den fangen vielleicht? Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, Wir können das hier noch mitnehmen. Noch irgendwas kleines hier. So. Okay, das können wir eh nicht nehmen. Aber wir benutzen jetzt mal eine Portalrolle. Mitten in den Items. Finde ich gut. Um dann die Sachen zu verkaufen und so. Ja. Aber ich mach das jetzt mal ganz schnell offscreen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part. Kind. Vielen Dank.